So, jetzt bin ich in der Hütte von meiner Mutter, hier auf dem Balkon, weil man sich hier richtig gut sonnen kann. Und Julian und Charlotte kommen gleich an, deswegen gehe ich jetzt keine Tour, sondern entspanne mich nach dem Beintraining und sonne mich hier ein bisschen auf dem Liegestuhl und lese. Und dann holen wir die unten von Mitterseel ab, das ist so eine halbe Stunde von hier. Und ja, mein Smoothie habe ich auch dabei, unten gemacht und jetzt genieße ich das Leben. So, Julian, sag Hi zu Camp. Oh, Hi zu Camp, darf ich nicht mehr sagen? Philipp, sag Hi zu Camp. Hi, Slashad. Charlotte, sag Hi zu Camp. Hi zu Camp. Hi zu Camp. Die beiden sind angekommen und jetzt mache ich Personal Coaching und wir machen Beintraining. Legs. Ja, in unserem Homegym. Perfekte Form. Ja. Trainieren. Mir ist das Beranken. Ja. Achso. Nur dir, ja? Und jetzt, was auf, wie ich körle. Warte. Aber ich brauche dich nicht. Schön sauer. So. Jetzt. Wann sitzt er? Komm. Ja, Mann. Und hoch. Wie schön du das machst. Und jetzt? Krass. Warte, bitte. Ja. Wow. So. Und jetzt den Julian film. Du musst jetzt Deep Talk machen. Deep Talk. Weil wir haben nur Scheiße gelaufen. Jetzt wollen wir Deep Talk. Jetzt ist spontan, kann ich keinen Deep Talk machen. Okay, schade. Das war sehr deep. Ja. Weißt du, ich muss erst mal drüber nach. Ich habe so deep Talks gemacht, wo ich mich bei Wander gefilmt habe. Ja, jetzt sieht der geil aus. Soll ich mal was zitieren? Ja. Eine Frau ist nur eine Frau. Nein. Oh, schü. Oh, schü. Oh, schü. Das ist das Secret. Guckt euch. Guckt euch, wie man diese Umgebung hat. Bitte mal, du hast mal was richtig großes Beigebracht. Ja. Ist der coolste Junge hier im Gym? Home Gym. Home Gym. Vier. Sehr gut. Fünf. Noch zwei. Oh, wie dieses Knie knackt. Stellt mal ruhig. Verrückt. Okay, anderer Fuß vor. Ist das auch, wenn du Treppen hoch wirst? Gleich weiter. Lenk sich nicht ab. Hoch geht, runter geht nicht. Komm, sieben weitere Stück. Richtig schön jetzt. Philipp hier. Ich habe richtig viel gekocht, Mann. Oh, das ist geil. Ja, nice. Das sind deine Schlüssel, oder? Ja, aber ich habe Knie-Ball gekocht. Richtig happy lange. Und dann... Ey, ist ja kein Feigelüst. Ja, okay. Dann passiert das, Thomas. Muss ich auch kochen. Ja, okay. Komm. Schön. Komm. Oh, feckerlust. Bei Ringen nimmst du immer Pulli, sonst schürfst du hier alles auf. Also, Charlotte schreibt hier Tagebuch und ich habe ihr gesagt, ich mache meine Tagebücher mit meinen Vlogs und Julia meinte, ich offenbar nicht meine tiefsten Geheimnisse, aber ich bin hier 100% authentisch und transparent und ich werde euch jetzt mein tiefstes Geheimnis verraten. Okay, jetzt kommst du. Ich kann nicht mehr lernen. Also, ich bin vegan. Was? Ey, nein. Du, von dir hast du nicht verraten. Über zwei Jahre schon. Ich hab dir das hier in Arten-Punkenschnitzel. Ja, es ist... Okay, also, ihr habt ihr es und hier gibt es nur true shit. Das war gut. Sie hat gewonnen, oder was? Ja, ich hab gewonnen. Philipp, oh shit, Charlotte macht ihn fertig. Ja, nice. Julia, was sagst du dazu? Ja, genau so, richtige Form. Genau so. Extra weight an den Beinen. Was raucht der da schon wieder? Was raucht der da? Zeig mal, zeig nicht. Oh nein. Yo, Snapchat. Yo, Snapchat. Willkommen in 2016. Yeah. Und Julia hat euch jetzt was zu sagen. Oh, guckt euch mal die Natur an. Wie lieblich. Wie lieblich. Wunderschön. Oh, okay. Wir bereiten uns das mit der Autofahrt vor. Oh. Ich werde zu squatted.